Hallo zusammen, heute gibt es mal etwas Besonderes für euch, auf das ich relativ wenig Lust habe. Da muss ich aber jetzt einmal durch. Und zwar werde ich außerhalb meines normalen Trainings. Und im Moment, weil ihr mich quält, muss ich ja zweimal die Woche den Muskel belasten. Also ein drittes Mal ein wenig die Beine trainieren. Allerdings mache ich das Ganze nur mit einem Satz, mehr muss ja auch nicht sein, um euch mal zu zeigen, wie man beim Beintraining bis zum Ende gehen kann. Denn das ist das Thema des heutigen Videos. Es gibt einen Muskel, bei dem ihr tendenziell wahrscheinlich nie bis zur allerletzten Erschöpfungswiederholung geht oder gehen könnt. Es gibt mehrere Übungen, aber wahrscheinlich nur eine Muskelgruppe, bei der man das so ziemlich nicht machen kann, außer bei zwei Isolationsübungen. Und das sind die Beine. Kniebeugen bis zur allerletzten Wiederholung hieße so ziemlich lebensmüde, dass man natürlich unten bleiben würde und gar nicht mehr hochkommt. Und wenn man da ein vernünftiges Gewicht benutzt, dann schafft auch kein Spotter, das mal eben hochzuheben, wenn man eigentlich nur noch weniger als 30 Prozent dazu beitragen kann. Das heißt, wie beim Bankdrücken, wenn ihr nicht mehr drücken könnt und zwei Leute helfen euch hoch, sowas gibt es hier tendenziell nicht. Für die, die alleine trainieren, und das wird auf die meisten zutreffen, gibt es das sowieso nicht. Aber selbst bei der Beinpresse geht man oft nicht bis zum Ende, wo man dann ja auch nicht mehr den Schlitten hochdrücken könnte. Wo man das plötzlich arretieren muss. Meistens bricht man da irgendwo ab, weil es nicht anders geht. Genauso wie ohne Spotter Bankdrücken geht natürlich auch nicht. Aber beim Bankdrücken gibt es so viele Varianten, wie man bis zum Ende gehen kann und dann fallen lassen kann. Der andere Grund dafür ist ganz klar, dass das zentrale Nervensystem und auch die Muskulatur der Beine wesentlich schwieriger sind, an die Grenzen zu bringen. Natürlich können wir das Gewicht soweit hoch einstellen, aber mental das Ganze auszuhalten und zu machen, ist wirklich hart. Und dann haben wir ja auch noch so etwas wie die Kniescheiben, die darunter leiden, die Knie selbst, Bänder und Sehnen, weil wir auch damit ein relativ hohes Gewicht benutzen. Tendenziell wesentlich mehr als beim Bankdrücken oder bei Bizeps Curls. Und auch deswegen gehen wir da nicht unbedingt gerne bis zum allerletzten. Denn bis zur letzten Wiederholung zu gehen, bedeutet vor allem, dass die Technik in Gefahr ist, schlechter zu werden. Bis hin zu wirklich schlecht. Bei Maschinen drückt man einfach nur geradeaus, wenn man bei der Brust ist. Und das ist das Tolle. Bis zum Schluss kann man dann gehen, wenn vor allem die Bewegung vorgegeben ist. Beim Bankdrücken, beim Freien ist auch das schwer. Wer das einmal mit Kurzhanteln versucht, da muss man sich schon sehr konzentrieren können und recht fortgeschritten sein. Umso mehr ich in einer Maschine bin, wie zum Beispiel bei Hackenschmidt-Kniebeugen, dann geht es natürlich besser. Aber auch da ist es gefährlich, wenn ich den Schlitten nicht mehr hochkriege. Und ihr habt sicherlich schon einmal Instagram-Videos gesehen, wo Leute es nicht schaffen und dann unten, naja, irgendwas rausflutscht. Wie zum Beispiel die Kniescheibe. Sehr unangenehm. Deswegen stelle ich euch heute mal Möglichkeiten vor, wie ihr trotzdem an den Rand des absoluten Muskelversagens oder der Muskelerschöpfung ergeht, ohne, dass ihr straight einfach nur bis zur allerletzten Wiederholung geht und da nicht weitermachen könnt. Denn es gibt verschiedene Techniken, die ihr dafür benutzen könnt, um es so wirklich zum Brennen zu bringen und einfach die Übung ein wenig anders zu gestalten. Gerade bei den Beinen. Das braucht ihr nicht unbedingt beim Bizeps, Trizeps, Schultern, Brust und Rücken. Aber diese Techniken hier könnt ihr natürlich trotzdem anwenden auf die anderen. Es sind Formen von Intensitätstechniken, die alle kombiniert werden, viel ins Muskelgefühl reingehen. Und deswegen ist es natürlich übertragbar. Aber gerade bei den Beinen findet es regelmäßig bei mir anwenden. Und um das so richtig zu zeigen, teile ich mich mal auf und demonstriere es, während ich es erkläre. Was ihr jetzt seht, ist, ich starte einen Satz ganz normal. Das heißt, ich mache meine Wiederholungen. Ich habe ein Gewicht, bei dem ich hier so zwischen 10 und 15 Wiederholungen sicherlich gut schaffen würde. Bedenkt, ich bin schon erschöpft von Beintrainings in dieser Woche. Und gehe damit, wie immer, ganz normaler, regulärer Satz, so ziemlich bis an eine Grenze. Aber wie gerade schon gesagt, ich kann nicht bis zur allerletzten Wiederholung gehen, denn sonst würde ich aus der Hocke nicht mehr hochkommen und wüsste nicht, wie ich da rauskommen soll aus der Maschine. Das ist bei den meisten Beinvarianten der Fall. Und was ich dann mache, wenn ich wirklich merke, jetzt bin ich, zwei Wiederholungen vor der absoluten Muskelerschöpfung. Eine werdet ihr wahrscheinlich auch selten schaffen. Aber ihr geht schon so ziemlich bis zum Schluss. Ihr seht, es wird hier schon wirklich schwer. Was ich dann mache, sind Teilwiederholungen. Ich mache das jetzt nur im oberen Feld. Warum obere Feld? Wenn ich das im unteren Feld mache und dann plötzlich der Muskel versagt, wäre das natürlich auch schlecht. Deswegen bleibe ich im oberen Feld. Da geht es ein bisschen leichter, aber es brennt höllisch, hier nochmal was rauszuholen. Dadurch komme ich noch mehr an eine Leistungsgrenze ran von dem Muskel. Und jetzt seht ihr, das war's. Finish, aber ich bleibe drin. Ich bewege mich nicht von der Stelle. Ich versuche, meine Atmung zu kontrollieren. Und was ich jetzt mache, ist ein reduzierter Pausensatz. Das bedeutet, die Pause wird sehr weit reduziert. Ich hole nur so weit Luft, dass ich noch ein paar Wiederholungen nachschieben kann. Aber bitte tastet euch ran, überschätzt euch hier nicht. Wenn ihr nur sechs, sieben Sekunden dazwischen vergehen lässt, dann nochmal ganz tief runter geht, dann kann es natürlich sein, dass ihr dann die gleiche blöde Situation habt und nicht mehr hochkommt. Tastet euch ran, wie viel Pause ihr braucht. Aber macht nicht die vollständige Pause wie sonst. Zwei, drei Minuten oder mehr. Ihr seht, es ist schon wieder längst weitergegangen. Und hier kommen nochmal ein paar raus. Ihr werdet dann irgendwann spüren, oh, jetzt schaffe ich es wieder nicht. Macht ein paar Teilwiederholungen und erholt euch wieder. Das Ganze könnt ihr jetzt natürlich drei, vier Mal so fortsetzen. Mehr würde ich es auch nicht machen. Sodass ihr drei, vier reduzierte Pausen habt und nach Gefühl weitermacht. Das ist sau anstrengend. Und so wird der Muskel auch richtig ausrasten. Aber ihr habt zwischendurch ein paar Pausen gehabt, in denen sich vor allem euer zentrales Nervensystem unverhältnismäßig gut regeneriert. Tja, und so könnt ihr auch aus dieser Übung mehr rausholen. Das kann man jetzt natürlich auch auf jede andere Grundübung übertragen. Das kann man jetzt auch ausprobieren. Oh Oh Und das zeige ich euch jetzt nochmal bei einer anderen Übung Diese Maschine hier spielt eine besondere Rolle in meinem persönlichen Beintraining Denn nicht etwa, dass der Quadrizeps eine Stärke von mir ist Nein, aber der Beinbizeps ist eine solche Schwäche So katastrophal, dass er weit hinter meinem vorderen Teil des Beins zurückliegt Und deswegen schaffe ich es oft nicht bei einem Beintraining, wo meine hintere Seite bereits schon wirklich völlig platt ist Wie zum Beispiel von allen Grundübungen, dann den vorderen noch gerecht zu werden Jetzt könnte man sagen, dann sollte ich den vorderen doch nicht extra trainieren Denn dann kann ich es angleichen, aber Symmetrie ist da nicht unbedingt im Moment mein absolutes Ziel dabei Was auch gar nicht mal so schlimm ist, zumindest wenn es nicht in einem zu hohen Grade ist Und deswegen reiht sich meinen Quadrizeps noch ein wenig an der Maschine hier aus Und wie man das machen kann, das zeige ich euch jetzt Ist im Prinzip nach dem gleichen Schema Wie gerade Ihr geht viel nach Gefühl Tut alles, was ihr könnt Nach bestem Wissen und Gewissen macht ihr weiter Lasst wenig Pausen dazwischen Und das Tolle hierbei ist Ihr könnt das noch viel extremer machen Denn hier habt ihr nicht zu befürchten, was ihr vorher habt Ihr erinnert euch, eingangs im Video habe ich gesagt, dass es eigentlich nur zwei Maschinen gibt, an denen das nicht der Fall ist Beziehungsweise zwei Arten des Trainings, an denen das nicht der Fall ist Dass ihr in die Bedrohle geratet, wenn ihr bis zur letzten Wiederholung geht Und die Isolationsübungen sind dann eben der Fall Zum einen für den Beinbizeps hinten natürlich Und zum anderen auch Beinstrecken Beinbeugen und Beinstrecken Da könnt ihr bis zum allerletzten gehen Und es macht einfach nichts Ansonsten notfalls einfach fallen lassen Ich mache jetzt mal einen Satz vor Diesmal muss ich mich nicht unbedingt Selbst nochmal daneben stellen Schaut einfach zu, es ist das gleiche Prinzip Und da habe ich auch keine Lust mehr Ihr seht, jetzt habe ich schon zum Schluss nicht mehr eine ganze Wiederholung machen können Da konnte ich mal wirklich bis zum Schluss gehen Wie man es bei anderen Muskeln auch kennt Kurz verschnaufen Ich gehe deswegen hier so ein bisschen nach oben Weil sonst gar kein Blut hier reinkommt Und nicht mehr zirkulieren kann Weil der Druck natürlich ziemlich an dem Sitz ist Also ein bisschen was reingehen lassen Und weiter So, ganz nach Gefühl gehen Hier auch gerne mal mit Dropsätzen arbeiten Und so weiter Ihr könnt es euch vorstellen Und was ihr jetzt machen könnt Ihr könnt zum Beispiel ein anderes Trainingssystem mal verfolgen Gerade bei irgendwelchen Finisher-Übungen Oder um nochmal einen Reiz zu setzen Das Typische ist, ihr teilt euer Training nach Sätzen Und dann nach Wiederholungen ein Beziehungsweise Übungen, Sätze, Wiederholungen Aber was ist, wenn ihr das mal anders macht Was ist, wenn ihr euch mal einfach eine Wiederholungszahl vorgebt Und nach Zeit geht In der geringstmöglichen Zeit Diese große Wiederholungszahl zu erreichen Heißt, geht an diese Maschine Nehmt euch vor, dass ihr mal 50 Vielleicht sogar 100 Wiederholungen macht Stellt ein Gewicht ein Bei dem ihr nicht mehr als 20 machen würdet Und dann Oder beziehungsweise Wenn ihr auf 100 Wiederholungen geht Nicht mehr als 30 Wiederholungen am Stück machen würdet Und dann Müsst ihr die erste Pause machen Geht ihr bis zum Versagen Dann braucht ihr nun mal eine halbe Minute Macht aber nicht zu lange Pause Es geht um Zeit In der kürzesten Zeit Die vollen 100 Wiederholungen Oder in der kürzesten Zeit Die 50 Wiederholungen Egal wie Ihr könnt auch ganz viele Pausen lassen Hauptsache die Zeit ist die kürzeste Mögliche überhaupt Stoppt die Zeit gerne mal Und versucht die stetig zu verbessern Wer so einen Satz mal sehen möchte Wie der aussieht Und wie krass dieser Satz ist Der guckt jetzt sofort hier weiter Das ist ein Hardcore 100 Wiederholungssatz Beim Beinstrecker Wer öfters sowas sehen möchte Schreibt es mir in die Kommentare Gibt mir gerne Video Vorschläge Abonniert den Kanal Dann verpasst ihr es auch nicht Wenn ich eins dieser Kommentare Einen dieser Kommentare In ein Video umgesetzt habe Liked das Ganze Wenn es euch gefällt Schaut euch mal die anderen Videos an Und dann sehen wir uns bald wieder 100er Satz angucken Und nachmachen Bis bald Euer Gotti